Hier bin ich aufgewachsen. Im Herzen der Verdanschlucht in Südfrankreich. In einer tibetischen Buddhistengemeinschaft namens Okase. Wir waren rund 60 Kinder. Das da bin ich. Ich war fünf, als meine Eltern mich an diesem Ort zurückließen. Der sogenannten Sonnenburg. Meine Kindheit bestand aus Beten und Demut zeigen. Meine Mutter bekam ich jahrelang nicht zu sehen. Ich wurde geschlagen, bekam nichts zu essen und musste frieren. Manche Mädchen, mit denen ich aufwuchs, haben viel Schlimmeres erlebt. Fektionen und Rituale, die sie erst Jahre später als das benennen konnten, was sie waren. Vergewaltigungen. All das im Namen des Buddhismus. Eine Religion, die im Westen über jeden Verdacht erhaben ist. Das ist ein Mensch, der sie ist. Das ist ein Mensch, der sie in der Welt. Das ist ein Mensch, der sie in der Welt. Die 14 Dalai Lama bekommen den Nobel Peace Prize. Das ist nicht richtig, die Lehrer nicht mit den Studenten haben. Ich heiße Ricardo und bin 40 Jahre alt. Seit sechs Jahren kämpfe ich für die Verurteilung unseres damaligen Lehrers, Lama Kunzang. Mit bürgerlichem Namen heißt er Robert Spatz. Robert Spatz stammt aus Belgien. Als einer der ersten Menschen aus dem Westen hat er eine buddhistische Gemeinschaft in Europa gegründet. Er ist ein anerkannter Lehrer des tibetischen Buddhismus, ein Lama. Los geht's. An diesem Tag bin ich der Wortführer von 23 Nebenklägern im Prozess gegen Lama Kunzang. Sind Sie Nebenkläger? Hallo, ja, Ricardo Mendes. Robert Spatz lebt in Südspanien. Er ist nicht erschienen. Die Anklage lautet Ausbeutung, Kindesentführung, sexueller Missbrauch. Bitte nehmen Sie Platz. Wir fahren fort mit der Anhörung von Herrn Mendes. Was möchten Sie mit den Aussagen, die Sie gemacht haben, erreichen? In den letzten vier Jahren hat mich diese Geschichte vollständig in Beschlag genommen. Vorher hatte ich keine Ahnung, was sexueller Missbrauch bedeutet. Meine Befürchtung, meine grösste Angst war, dass diese Frauen damit an die Öffentlichkeit gehen und dafür fertig gemacht werden. Also sagte ich mir, wir müssen sie abschirmen. Wenn wir die gefährdetsten Personen schützen, indem wir unsere eigenen Geschichten erzählen und uns vor Gericht öffnen, wird die Wahrheit ans Licht kommen. Sie reisten also mit Ihren Eltern nach Südfrankreich, zur Sonnenburg. Genau. Sie waren bei Ihren Eltern? Ja. Und auf einmal waren die weg? Ich erinnere mich nicht, das war ein Schock. Sie waren vier, fünf Jahre alt, ganz klein. Ja. Ich habe, was das angeht, einen Blackout. Es war ein riesiger Schock. Wurden Sie zu jener Zeit bestraft, indem Ihnen zum Beispiel die Nahrung entzogen wurde? Erzählen Sie. Ja. Wenn ich nicht brav war, wurde ich damit bestraft, dass ich nichts zu essen bekam. Wenn ich unerlaubt redete, bekam ich nichts oder nur trockenes Brot. Sie wurden also oft bestraft? Mit Nahrungsentzug. Mit Nahrungsentzug. Gab es noch andere Strafen? Körperliche Züchtigung? Ich habe Ohrfeigen kassiert. Aber so verrückt das klingt. Ich dachte, das sei nicht schlimm. Ich habe gesehen, wie Kinder im Treppenhaus derart heftig geschlagen wurden, dass sie gegen die Wand knallten und bluteten. Ich habe sehr viele, sehr brutale Bilder im Kopf. Wie haben Sie angesichts dieser Gewalt reagiert? Ich hatte Angst. Haben Sie von Herrn Spatz besonderen Unterricht bekommen? Ja. Einzelunterricht? Ja. Können Sie uns beschreiben, wie das Ganze stattgefunden hat? Er gab mir zunächst Privataudienzen, als ich noch recht klein war, in seinem Zimmer im Turm. Er sagte mir, ich solle in seine Wohnung im kleinen Turm kommen, abends und ganz unauffällig, damit niemand hellhörig oder eifersüchtig werden könnte. So stellte er das dar. Ich sollte in den Turm gehen und dort auf ihn warten und meine Bettdecke mitbringen, weil ich ein paar Nächte dort schlafen würde. Ich ging in den Turm hinauf. Spatz kam später am Abend zu mir. Er setzte sich und betete mit mir. Irgendwann fing er an, von spiritueller Energie zu reden. Er berührte meine Schultern und sagte, dass eine Energie durch meinen Körper fließen würde, die ich spüren müsse. Meine Kleider würden die Energie blockieren. Deshalb soll ich sie ausziehen. Ich erinnere mich, dass ich im Turm einschlief, weil er lange nicht erschien. Und dann wachte ich auf, weil er meinen Intimbereich berührte. Er sagte mir, ich solle mich nackt auf den Boden legen, holte eine Salbe hervor und trieb mir damit die Brüste ein. Er erklärte mir, dass es im Bereich der Geschlechtsteile, der Brüste, wichtige Energiezonen gäbe. Also stimulierte er sie, um den Energietransfer zu begünstigen. Spatz hat die Erleuchtung erreicht. Er versteht alles, ist allgegenwärtig. Er weiß, was wir denken und fühlen, kennt unsere früheren Leben, unser gutes und schlechtes Karma. Er ist äußerst gütig, denn er könnte ja im Nirvana leben. Bleibt aber freiwillig bei uns auf der Erde, um uns zu helfen. Er lebt auf dieser schrecklichen Erde, wo alle leiden, und er tut es nur für uns. Er weist uns an, Dinge zu tun, die uns ungerecht, seltsam, verrückt oder unnötig erscheinen. Aber wir müssen seine Anweisungen befolgen, denn nur so können wir zur Erleuchtung gelangen. Wenn ich Sie recht verstehe, muss man dem Lama blind folgen und gehorchen? Ja. Wenn ich in diesem Leben vergewaltigt wurde, dann nur, weil ich in einem früheren Leben ein Mann war, der eine Frau vergewaltigt hat. Meine Strafe ist es, als vergewaltigte Frau wiedergeboren zu werden. Dadurch wird mein schlechtes Karma zerstört, habe ich ein Glück, und ich komme der Erleuchtung etwas näher. Das wurde Ihnen beigebracht? Ja, das wurde uns erzählt. Im Unterricht von Herrn Spatz? Ja. Hey, 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 hey. Ja. Ja. Ich war 22 Jahre alt und studierte Medizin, konnte mich dafür aber nicht mehr motivieren. Mir fehlte eine Vision, und so ging ich für ein Jahr nach Indien. Ich wollte meinem Leben einen Sinn geben und erlernte Meditation, Yoga und spirituelle Praktiken. Nach meiner Rückkehr machte ich Bekanntschaft mit Robert Spatz, also Lama Kun Sang, und der tibetischen Tradition. Robert Spatz glaubte an die ununterbrochene Abstammungslinie zwischen Buddha, Guru Rinpoche und den aktuellen Meistern, die ihm sozusagen die Aufgabe erteilt hatten, diese Schule zu gründen, die erste Antenne in Europa. Er war sehr stolz darauf. Seine Schule war direkt mit einem tibetischen Kloster verbunden, und so gingen alle davon aus, dass sie unter der Verantwortung und dem Schutz dieser Abstammungslinie stand. Ich glaubte wirklich, es sei eine authentische Schule und hatte Lust, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Meine Praxis befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Als Arzt kümmerte ich mich um die Ernährung, die mangelhaft war, und um ein Mindestmaß an Hygiene. Aber ich wusste nichts von den Erziehungsmethoden und Misshandlungen. Ich erinnere mich, wie ich als Kind alle großen buddhistischen Meister gesehen habe, die Robert Spatz besucht haben. Sogar der Dalai Lama war da. Doch bei meinen Nachforschungen stieß ich auf Bilder, die mich sprachlos machten. Anfang der 90er Jahre, als wir bei Robert Spatz durch die Hölle gingen, gab es ein Treffen zwischen dem Dalai Lama und westlichen Buddhismuslehrern. Stundenlang sprachen sie über sexuellen und finanziellen Misstrauch in ihren Zentren. Robert Spatz war also kein Einzelfall. Das ist ein Treffen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wir waren wohl 25 bis 30 westliche Lehrer des Buddhismus unterschiedlicher Schulen. Wir sprachen innerhalb von drei Tagen sieben oder acht Mal mit dem Dalai Lama. Er schenkte uns sehr viel Zeit. Zu dem Treffen kam es, weil der Dalai Lama zahlreiche Briefe, vor allem von unglücklichen Frauen, erhalten hatte, die bei ihm, dem Kirchenoberhaupt, den Missbrauch durch ihre tibetischen Meister anklagten. Einigen Lehrern in den USA und Europa war bewusst, dass es mehrere Skandale sexueller, ethischer Art gab, die nach und nach ans Tageslicht kamen und sie wollten etwas unternehmen. Wir wollten etwas machen. Danke. Ich habe viele Texte von Frauen, viele Frauen, sagen, bitte, was kann gemacht werden, mach etwas. Das ist etwas. Ich habe auch ein Buch bekommen, über die Sexualität. Echt. 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 The question? I will shout. I can shout. The teachers won't listen, maybe. The teachers who are having sex and drinking, they may not listen. But the students, they'll listen. They'll listen to you. That will help. Tremendously. Then people can say no. If they know that it's wrong in your eyes, then people feel free to say no. Because you are giving a standard, which people trust in. All right. All right. Towards the end of this meeting, the suggestion was, the rightful proposal was to write a letter, which we would like to write a letter, which we would like to write a letter, and to what we decided, and to a sort of a part of a resolution. From March 16 to 1915, 1993, a meeting was held at Dharamsala between His Holiness the Dalai Lama and a group of 20 Western Dharma teachers. I was charged with... 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 two letters concerning sexual misconduct with their students. Students should be warned against the dangers of falling prey to... Charisma, exalted titles, exoticism. One better way of doing this is instead of... citing these points as if... there were sort of... some... summations of misogynist responses. Rather, we could present them as some sort of consensus we arrived at. Actually, the reality also like this. Everyone participated. So everybody takes... Alle machten Vorschläge und brachten ihre Änderungswünsche ein. Nach zwei Stunden hatten wir einen Text vorliegen, den wir guten Gewissens unterschreiben konnten. Dann sagte der Dalai Lama, der Brief müsse zuerst durch sein Privatbüro. Dann passierte wochenlang nichts. Keine Antwort. Punktstille. Schließlich kam der Brief zu uns zurück mit einer einzigen Änderung. Der Name des Dalai Lama war von der Liste der Unterzeichnenden entfernt worden. Durch meine Kinderaugen damals sah ich den Dalai Lama als die Verkörperung der Güte. Warum hat er nichts getan? Mir wurde klar, dass er nicht nur ein geistliches Oberhaupt, sondern auch ein Politiker ist. Seine Prioritäten liegen woanders. In 1959, die Tibbeten sind in ihrer Revolte gegen Pekin. Bilan, 10.000 Morts, l'Echec d'un Espoir et la longue nuit de l'exil dans un petit village de l'Inde pour le meneur de la révolte, le 14e Dalai Lama. Mein Name ist Tenzin Gejje. Ich habe über 40 Jahre lang im Sekretariat des Dalai Lama gearbeitet. Ich verliess Tibet, als ich sechs Jahre alt war. 1959 kam seine Heiligkeit nach Indien und mit ihm tausende Tibeter. Er bildete eine Regierung und führte das fort, was er in Tibet getan hatte. Anfang der 60er Jahre bat der Dalai Lama Staatsoberhäupte aus aller Welt, die Tibet-Frage vor die Vereinten Nationen zu bringen. Wir mussten all diese Briefe an die Staats- und Regierungschefs tippen. Ich habe selbst jede Menge davon getippt. Und wir hatten ja keine Computer. Furchtbar. Ein Tippfehler, weg mit dem Blatt und nochmal von vorne. Heute ist das anders. Wie auch immer, es war eine sehr aufregende Zeit. Der Dalai Lama ist Politiker und Geistlicher zugleich. Die politische Dimension war immer da, vor allem am Anfang. Sie waren aus Tibet geflohen, im Exil. Man hatte sie vertrieben, regelrecht Jagd auf sie gemacht. Und viele von ihnen waren gestorben. Sie kamen in Indien an und mussten erst einmal ihren Platz finden. Und verbündete. Die Situation der Exil-Tibeter war von Anfang an sehr schwierig. Jede Hilfe von außen war mehr als willkommen. Sie befanden sich in einer kritischen Lage und brauchten Sympathisanten, um Druck auf China ausüben und nach Tibet zurückkehren zu können. Sie brauchten Unterstützung aus dem Westen. Als die Tibeter in den frühen 60er Jahren nach Dharamsala kamen, lebten sie in solchen Häusern. Es gab sehr viele davon. Ich heiße Jeremy Russell und lebe schon lange in Dharamsala. Ich arbeite im Sekretariat des Dalai Lama und bin dort für Schriftstücke in englischer Sprache verantwortlich. Der Funke, der in meiner Generation das Interesse für Indien entfachte, waren die Beatles. George Harrison brachte die Beatles nach Indien. Das war der berühmte Funke. Die Anziehungskraft war riesig. Ich bin zweimal nach Indien gereist, auf dem Landweg. Ich bin nicht geflogen. Von London aus trennte ich bis nach Dover und nahm die Fähre nach Ostende. Ich bin nach Dover und nahm die Fähre nach Ostende. Und von Salzburg hatte ich das Glück, dass mich ein Typ in seinem Sportwagen mitnahm, bis nach Istanbul. All the way to Istanbul. Das war schnell, aber unbequem. Sportwagensitze sind ziemlich hart. Es war ein Abenteuer. Die Menschen aus dem Westen sind sehr wissbegierig. Sie wollen reisen und Neues entdecken. In Dharamsala sah man anfangs vor allem Hippies, die sich nicht für Buddhismus interessierten, sondern eher für Haschisch, LSD und sowas. Aber manche von ihnen waren neugierig. Nach und nach kamen immer mehr Menschen aus dem Ausland, die die tibetische Kultur und den Buddhismus entdecken wollten. Ich leite dieses Institut hier, die Library of Tibetan Works and Archives. Ein Zentrum für Tibet-Studien. Hier gibt es Kurse in tibetischer Sprache, Buddhismus, Übersetzung, Wissenschaftsprogramme und vieles mehr. Die ursprüngliche Aufgabe des Instituts ist die Bewahrung, Förderung und Verbreitung tibetischer Kultur. Wir hatten damals keine Reiseführer. Es gab lediglich ein paar Infos, die man sich auf losen Zetteln zusteckte. Eines Tages las ich, dass es in der Library of Tibetan Works and Archives in Dharamsala Meditations- und Buddhismusklassen gab. Und sagte mir, das wäre was für mich. Ich hatte damals noch keine Ahnung von Tibet oder Buddhismus, aber irgendwie sprach mich das an. Diese Menschen hatten mit ihrer eigenen Kultur gebrochen und suchten nach Gegenmodellen. Und sie interessierten sich für veränderte Bewusstseinszustände. Die buddhistische Meditation machte es ihnen möglich, die Wirklichkeit anders wahrzunehmen. Ihr Ziel war es, ihre Wahrnehmung der Welt zu verändern, um die Welt zu verändern. Die Suche nach Wahrheit, Weisheit, Wissen, nach mir selbst. Ich habe festgestellt, dass wir im Westen über uns selber überhaupt nicht nachdenken. Oder über uns selber uns überhaupt nicht im Klaren sind. Wir sind nach außen gerichtet. Wir wollen Autos, Macht, Geld, Fernsehen. Wir wollen reisen, wir wollen immer nach außen gehen. Und wir kümmern uns nie darum, was in uns selber passiert. Wir Hippies waren vielleicht nicht die besten Kandidaten für diesen Job, aber wir waren wenigstens die Vertreter und die Verbindung zu dieser erweiterten Welt, in der sich die Tibeter nun wiederfanden. Für viele, die auch nur ein oder zwei Jahre in Dharamsala verbracht haben, also nicht allzu lange, war das ausreichend, um sich den Tibetern verbunden zu fühlen. Nach ihrer Rückkehr in den Westen engagierten sie sich in buddhistischen Zentren oder in pro-tibetischen Vereinen. Zur Zeit meiner Eltern wurde der Buddhismus zur Modeerscheinung. La France ist in der Mitte des Bouddhismus. Die Bouddhismus sind in der Mitte des Bouddhismus. Die Bouddhismus werden schnellstabliegen und die Jungen in diese Religion zu kommen. Château de Pläge in Saunay-Loire, in 40 km d'Authun. Sie bauen hier die zwei Monastères, die die große Vertreterin initiativen Bouddhismus von drei Jahren, drei Wochen und drei Wochen, nach dem dem sie werden die ersten Lama occidenten des Bouddhismus. Die Tibeter, die physisch aus Tibet vertrieben worden waren, hatten mithilfe des Dalai Lama, der diesbezüglich sehr stark war, eine Art virtuelles Tibet erschaffen. Nicht gebunden an ein Territorium, aber mit Klöstern und buddhistischen Einrichtungen auf der ganzen Welt, die als Präfekturen dieses virtuellen und zugleich globalen Landes fungieren. Mit einem Mal wurde dem Dalai Lama klar, ich muss Politik, Spiritualität und Kultur miteinander verbinden. Dank der spirituellen Bedürfnisse des Westens kann ich die tibetische Kultur retten und zugleich politischen Druck auf China ausüben. Die 14. Dalai Lama, will you please enter the podium and receive the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. Der Friedensnobelpreis verhalf dem Dalai Lama zu plötzlicher internationaler Berühmtheit. Das machte es Regierungen und anderen Organisationen leichter zu sagen, wir laden den Dalai Lama ein, denn er hat den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Die tibetische Ausprägung spielt im Buddhismus eine eher untergeordnete Rolle und hat sich doch am besten exportiert. Dieser Erfolg ist vor allem dem Dalai Lama zu verdanken, der innerhalb weniger Jahre zu einer Ikone wurde. Alle wollten ein Foto mit ihm. Bill Clinton, Jacques Chirac, Prinz Charles und Filmstars wie Richard Gere. Während die tibetische Sache immer mehr Unterstützer fand, mehrten sich die Missbrauchsfälle. In den USA, in Großbritannien, in Deutschland und der Schweiz. Überall auf der Welt treiben diese Meister ihr Unwesen. Unkontrolliert und ungestraft. Manche errichteten regelrechte Imperien. Wie Sogyal Rinpoche, ein Exil-Tibeter in Europa, der lange als einer der einflussreichsten Meister des tibetischen Buddhismus galt. Ich bin einer der wenigen Journalisten, die sich seit Jahren auf das Thema Missbrauch im Buddhismus spezialisiert haben. Alle zwei oder drei Wochen kommt jemand auf mich zu, um mich über einen Missbrauchsfall irgendwo auf der Welt zu informieren. Manche dieser Leute wurden Selbstopfer, manche waren Zeugen und sie wollen, dass ich mich mit ihrem Fall beschäftige. Ich weiß, dass viele Menschen ein rosa-rotes Bild vom Buddhismus haben und erwarten, dass diese Religion frei ist von all dem Schmutz, den man anderswo findet. Dass es derart viele Missbrauchsfälle gibt, überrascht sie. Sie sind enttäuscht, dass Buddhisten auch nur Menschen sind und sich genauso verhalten wie in jeder anderen Religion. Es braucht Zeit, diese Missbrauchswelle zu verarbeiten. Und dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Einmal haben mich zwei Frauen kontaktiert. Sie waren mutig genug, vor einem Veranstaltungsort zu demonstrieren, wo Sögyal Rinpoche sprach und die Leute auf die Missbrauchsfälle hinzuweisen. Sie kontaktierten mich, weil sie hofften, ich würde einen Artikel über ihren Protest veröffentlichen. Was ich auch tat. Sögyal Rinpoche ist einer der größten Missbrauchstäter im Buddhismus. Im Laufe der Jahre hat er hunderte von Opfern körperlich und sexuell missbraucht. Und da rechne ich nicht die Leute mit ein, die für ihn bis zum Umfallen schufteten, für nichts. Das ging so von den 70ern bis Ende der 2010er Jahre. Eine lange Zeit. Das ging so von den 30ern bis zum Zeitpunkt. Das ging so von den 30ern bis zum Das ging so von den 30ern bis zum der Rikpa ist, von dem Lama Sogyal Rinpoche, er ist auch in Tibet, aber auch in Cambridge. Ich habe in der Westen viele Jahre alt. Ich bin in der Westen in den Westen. Ich bin ein bisschen in den Wiener hier. Ich habe nicht den Bouddhismus, aber ich habe eher die Sagesse der Bouddha. Ich habe zu helfen, aber ich habe es geschafft. Ich begegnete ihm in Paris, bei einer großen Konferenz mit 60 bis 80 Teilnehmern. Da war dieser junge Lama namens Tsugyal Rinpoche, der sehr gut Englisch sprach, sehr dynamisch war und überzeugend die Auswüchse des Materialismus und das Scheitern der westlichen Gesellschaft bei ihrer Suche nach Glück anprangerte. Er hatte eine spirituelle Vision der Existenz, die aber zugleich sehr konkret und der modernen Welt zugewandt war. Und das war damals ziemlich außergewöhnlich. Ich spreche Englisch und so bot man mir an, Dolmetscher für Tsugyal Rinpoche und andere Lamas zu werden. So wurde ich Präsident der französischen Antenne von Rigpa, der Gemeinschaft von Tsugyal. Ich kam 1985 dazu. Die Gruppe zählte bereits rund 100 Mitglieder. Eine gute Keimzelle für eine Organisation. Aber es war alles noch sehr direkt und nicht so zeremoniell, wie es dann im Lauf der Zeit wurde. Sogyal schrieb ein Buch. Oder ließ es schreiben. Und der Dalai Lama verfasste das Vorwort. Das Buch wurde zum Bestseller. Und diese kleinen, organisierten Gruppen wurden größer und größer. Und so baute ein einfacher Tibeter ein weltweites Imperium auf. Wer sich für Spiritualität interessiert, kennt das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Wie viele war auch ich fasziniert von dem Werk und seinem Autor. Das Buch war ein Riesenerfolg. 1992 auf Englisch und ein Jahr später auf Französisch, Deutsch und in anderen Sprachen. Hunderte Menschen strömten nun in die Zentren. In einem Dutzend Länder gab es große Zentren. In den USA, vielen westeuropäischen Ländern, in Australien und Indien. Und noch kleinere Antennen in anderen Ländern. Sogyal Rinpoche war ein hervorragender Unternehmer. Der Start-up-Gründer des tibetischen Buddhismus, wenn man so will. Oh, das ist das Betän, wenn du das spät. Und noch einoddenник, wenn du das spät. Dann kannst du das städtieren. Der Start-up-Gründer des tibetischen Youtuber-Mattern. Das ist das Sägez nicht so z��istig. Dann kannst du das in einem Riesenergäufe. Und dann kannst du das BDV-NK. Das war die Flachsisch, das andere Pinos. Dr. Bling ist ein der principsten Europäische Zentren zu transmitieren, dem Bouddhismus tibetisch. Der Zentren war in 1992, von Sojyal Rinpoche, der Bibel tibetisch ist, von der Leben und der Mord. Okay, diese Person hat euch das gemacht. Das ist passiert in einem Moment. Aber was ihr macht, ihr bleibt es für viele Jahre. Also, warum nicht nur pardonnieren? Auch wenn es eine sehr falsche Sache ist, wie kann ich pardonnieren? Aber wenn wir wirklich pardonnieren, wir sind wirklich glücklich. Lira Bling ist wunderschön gelegen. Es ist sehr beeindruckend, der Tempel, das Umland, die Natur, wirklich schön, die Berge. Willkommen in der Familie. So fühlte man sich hier. Während der Retreats wurden die Leute unterschiedlich behandelt. Die normalen Schüler wurden dazu angehalten, auf materielle Güter zu verzichten, um ein gutes Leben zu führen. Und dann gab es den inneren Kreis aus Lamas und VIPs, die im Luxus lebten und vorzüglich speisten. Ein Riesenunterschied also zwischen den Schülern, denen man ein enthaltsames Leben vorschrieb, und dem Luxus, den ich auf der anderen Seite sah. Die Männer und Frauen im inneren Kreis hatten die Aufgabe, sich um Sogyal zu kümmern. Es war klar, dass die schönsten Frauen praktisch Tag und Nacht bei ihm waren. Ich nahm das hin und fragte mich nichts, ob sie vielleicht anders geartete Beziehungen zu ihm hatten. Diese Frauen wurden Dakinis genannt. Den Dakinis darf keine Bewegung, kein Bedürfnis des Meisters entgehen. Sie müssen ihn 24 Stunden am Tag überall hin begleiten. Sie schlafen am Fußende seines Bettes für ein paar Stunden. Bei mir waren es am Anfang etwa zwei Stunden pro Nacht. Mal musste er aufs Klo, mal wollte er essen, mal den Rücken gekrault haben. Er musste gewaschen werden, das tat er nicht selbst. Bei allem ließ er sich helfen, nichts machte er allein. Jeder Spaziergang glich einer Expedition zu Mount Everest. Es musste eine ganz bestimmte Anzahl exakt gefalteter Taschentücher mitgenommen werden. So wie eine Tasche mit einem Rückenkratzer, einem Gebetsbuch, Keksen, einer Wasserflasche, einem T-Shirt und einer Unterhose zum Wechseln. Dann ging es ganz langsam zum Ziel, wo er jedes Mal sehr unleidig war, denn körperliche Anstrengung machte ihn fuchsteufelswild. Er war sehr ungeduldig. Die Stimmung im inneren Kreis um Sögyal war sexuell aufgeladen. Er machte anzügliche Bemerkungen über schöne Frauen und viele sexistische Scherze auf der Bühne. Die Frauen schwirrten um ihn herum und die Schönsten wurden handverlesen ausgesucht. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Langsam aber sicher wurde mir klar, dass diese schönen Frauen Sex mit Sögyal hatten. Es fällt mir schwer, von Vergewaltigung zu sprechen, weil mich das automatisch zum Opfer macht. Und das ist schwer zu ertragen. Aber ja, es war Vergewaltigung. Ein fetter, alter und mächtiger Mann verriegelt eine Tür, drängt sich dir auf und bedroht dich. Auf der Bettkante hat mir Sögyal ganz klar gesagt, Wenn ich irgendjemandem davon erzähle, und sei es einem der anderen Mädchen, würde ich das Samaya, das heilige Band zwischen uns, zerstören. Und die Pflicht zur Treue und Loyalität gegenüber dem Meister verletzen. Das würde schreckliche Folgen für mein Karma und das meiner Nächsten haben. Das Sögyal von seinen Schülern und insbesondere Schülerinnen verlangt, seine Konkubinen zu sein und Sex mit ihm zu haben, ist keine Abweichung von den buddhistischen Normen. Diese Dinge gibt es im tantrischen, tibetischen Buddhismus hinduistischen Ursprungs. Es gibt sie und Texte erwähnen diese sexuellen Riten. Ferner gibt es den Begriff der geschickten Mittel oder Upaya. Um jemanden zum Buddhismus zu bekehren, darf der Meister alle möglichen Mittel anwenden, auch Gewalt und Lüge. Musik 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 Ich hörte Gerüchte über Chögyam Trungpa, Sögyals Vorbild. Mir war bekannt, dass diese Lamas ständig Frauen um sich haben. Ich hatte einiges darüber gelesen. Aber ich hatte keine Ahnung von dem, was du erlebt hast. Nach dem ersten Vorfall mit Sögyal stand ich unter Schock. Es ging mir sehr schlecht. Ich wusste nicht, was da passiert war und wie ich es auffassen sollte. Und ich hatte verstanden, dass ich mit absolut niemandem darüber sprechen durfte. Während einer Schulung von Sögyal lief ich im Hof in Lerabling, Ziga Kongtrol über den Weg. Einem tibetischen Lehrer derselben Ausrichtung wie Sögyal. Sehr offen gegenüber dem Westen und der englischen Sprache mächtig. Ein Guru, ein moderner westlicher Lama. Ich fragte ihn unter Tränen, was es bedeutet, eine Gemahlin zu sein, eine Konkubine. Er sagte erst einmal nichts. Ich denke, er wusste genau, wovon ich sprach. Dann antwortete er, es ist ein sehr großes Glück, eine solche Beziehung zu einem Lehrer zu haben. Wieder einmal ein Meister, der sah, was geschah. Der Zeuge des Leids wurde und der sich aus der Verantwortung gezogen hat. Das entspricht dem, was ich über das Umfeld von Trungpa und Sögyal gelesen habe. Ich wollte schon, als kleines Mädchen Nonne werden. Das Christentum war nichts für mich. Ich wusste also nicht, wie, aber ich wusste immer, dass ich Nonne werden würde. Dann erkannte ich, dass die buddhistische Weisheit das Wichtigste auf Erden ist. Im Buddhismus muss das Objekt deiner Hingabe völlig rein sein. Das Problem ist, dass der Guru alle Macht hat und der Schüler völlig machtlos ist. Das öffnet der Korruption Tür und Tor. Wenn der Guru nicht perfekt ist, ist völlige Hingabe sehr gefährlich. Und genau das ist leider passiert. Sie missbrauchen diese Hingabe. Sie missbrauchen ihre Macht. Ein Lama kann sehr charismatisch sein. Und die Menschen verwechseln Charisma mit spirituellen Qualitäten. Sogial hatte extremen Einfluss im internationalen Netzwerk buddhistischer Zentren im Westen. Bei Konferenzen mit dem Dalai Lama und tibetischen Lamas hatte Sogial stets einen Ehrenplatz. Hinter den Kulissen bekamen alle mit, wie er sich verhielt. Und dass er von nicht wenigen jungen Frauen begleitet wurde. Es gab Leute in höheren Positionen, die ganz genau wussten, was da lief. Sie schauten nicht nur weg, sondern fanden in ihrem Verständnis des Buddhismus auch eine Rechtfertigung für dieses Verhalten. Sogial Rinpoche war ein Problem für die gesamte buddhistische Gemeinschaft. Und dies bereits beim Treffen der Lehrer mit dem Dalai Lama 1993. Die Anschuldigungen gegen Sogial waren im Übrigen der Grund für das Treffen. Trotzdem zeigte sich der Dalai Lama weiter mit ihm. Noch irritierender fand ich, dass er sich in den folgenden Jahren öffentlich mit manchen der Lamas zeigte, die er selbst kritisiert hatte. Dadurch legitimierte er sie. Viele von uns empfanden das als Verrat. Er ging zur Eröffnung von Sogial Rinpoches Zentrum in Frankreich, obwohl er genau wusste, was hinter den Kulissen zwischen Sogial und einigen seiner Schülerinnen ablieg. Sogial und einigen seiner Frauen und seine Schülerinnen Wenn ich Englisch sage, sind sie politische Liedern, Artikel, großartige Führerinnen, und viele Freunde von Ihnen. Er ist da. Sei da. Als wir uns damals trafen, versicherte uns seine Heiligkeit, er würde die Lamas nicht besuchen, die in unseren Augen problematisch waren. Und trotzdem tat er es. Es gab mehrere große Skandale und es hörte nicht auf. Rigpa engagierte eine PR-Agentur, die darauf spezialisiert war, in Krisensituationen Kommunikationsstrategien für VIPs übers Knie zu brechen, die rechtliche oder sonstige Probleme haben. Wir waren nicht sehr zahlreich. Vier oder fünf sorgsam ausgewählte Sprecher von Rigpa. Ehemalige Journalisten spielten den Advocatus Diaboli und interviewten uns sehr aggressiv. Und wir mussten einen Weg finden, darauf zu antworten. Die Strategie dahinter war schlicht. Der Dalai Lama steht hinter Sögyal Rinpoche und allen anderen Lamas. Es ging darum, die Fragen zu umschiffen und nicht darauf einzugehen, wie oder warum etwas passiert war und wer Recht hatte oder nicht. Sondern die Botschaft zu vermitteln, dass die tibetische Kirche untadelig ist, tausendjährig und vertrauenswürdig. Das war die Strategie. Das war die Strategie. Das war die Strategie. Nicht nur der Dalai Lama wird als Brücke vorgeschoben. Bei unserem Prozess gegen Roberts Batz wurde mir klar, dass alle Würdenträger des tibetischen Buddhismus als Garant für die Glaubwürdigkeit benutzt werden. Ich werde der Zeugin nun eine Reihe von Fotos vorlegen. Können Sie dieses erste Foto kommentieren und datieren? Das war beim Besuch des Dalai Lama in Brüssel. In welcher Sprache drückte er sich aus? Auf Englisch? Ja, auf Englisch. Und wer dolmetschte den Dalai Lama? Herr Spatz, der dort zu sehen ist. Alles klar. Er hat alles übersetzt. Ja, ich saß ihm gegenüber. Wo ist das? In der Zampa. In Brüssel. Das sind? Mathieu Ricard. Robert Spatz, Robert Spatz, Rabjam Rinpoche und ein Mönch, der ihn begleitete. Aus dem Shetschen-Kloster? Ja, genau. Herr Spatz ist also immer von Personen umgeben, die in der buddhistischen Religion anerkannt sind. Die Autorität dieser Meister wird nicht angezweifelt. Nein, das wird sie nicht. Da haben sie die Bestätigung. Okase hatte immer namhafte tibetische Meister zu Gast. 1990 begleitete Herr Ricard den Dalai Lama bei seinem Besuch bei Okase in Brüssel. Herr Ricard war mehrfach in Niemadzong beim Unterricht verschiedener tibetischer Meister, vielleicht auch von Robert Spatz. In den Unterlagen wird die Qualität von Herrn Spatz' Unterricht meines Wissens zu keinem Zeitpunkt von Würdenträgern oder Meistern angezweifelt. Jedenfalls nicht von Mathieu Ricard. Er ist der französische Stolmetscher des Dalai Lama. Eine der meistgehörten buddhistischen Stimmen weltweit. Wir haben ihn mehrfach kontaktiert und angeschrieben. Seit Jahren suchen wir Unterstützung in unserem Prozess gegen Robert Spatz. Vergebens. Dabei konnte niemand die Augen vor diesen schweren Anschuldigungen verschließen. Es wurde sogar im französischen und belgischen Fernsehen darüber berichtet. 1997 wurden die Sonnenburg, wo ich aufwuchs, und die anderen OKC-Zentren von der Polizei durchsucht. Gegen Robert Spatz waren mehrere Klagen eingereicht worden. Er kam in Untersuchungshaft. Jahrelang wurden die Anschuldigungen wie Gerüchte behandelt und schlicht negiert. Mit der Anklageschrift gab es nun ein offizielles Dokument. Es enthielt immerhin 170 Anklagepunkte gegen Robert Spatz. Da war alles dabei, vom Sittenverstoß bis zum Finanzbetrug. 2010 übergab ich Ihnen persönlich einen Koffer mit der 42 Seiten langen Anklageschrift. Am nächsten Tag kam Mathieu Ricard zu mir, ziemlich hektisch und aufgelöst. Und gab mir das Dossier persönlich zurück mit den Worten, stell dir vor, dieses Dokument wird bei uns gefunden. Mathieu kann also nicht behaupten, dass er das Dossier nie gesehen hat. Denn er hat es mir zurückgegeben, nachdem er es die ganze Nacht gelesen hatte. Er kannte die Situation der Kinder. Er wusste, dass da was nicht sauber war. Er wusste es. Ich habe noch einen Grund gefunden, warum die tibetischen Würdenträger uns womöglich nicht helfen wollen. Das liebe Geld. Robert Spatz spendete mindestens 100.000 Dollar an eines der wichtigsten buddhistischen Klöster der Welt. Und das ist nicht irgendeines. Das Shetschen-Kloster in Kathmandu. Hier leben Mathieu Ricard und die Nachfolger von Robert Spatz. Brief an Okasé. Sehr geehrte Herren, wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung beim Bau der Philosophie-Schule im Shetschen-Kloster in Kathmandu. Damit die Bauarbeiten fortgesetzt werden können, wären wir Ihnen sehr dankbar für die Überweisung der nächsten Spendentranche auf folgendes Konto. Wurde Robert Spatz all die Jahre geschützt, weil er als edler Wohltäter auftrat? Was macht es so, wie ich mich nicht immer wunderschön? Wie ist das? Was macht es so, wie sich die Art of Rundfunk? Wir denken, wenn ich mein Herz andet habe, Ich werde das Leibs so, wie ich nicht immer wunderschön. Wenn ich mein Herz und meine Herz-Kloster in den letzten Jahren ich meine mich nicht immer wunderschön. Ich habe mich nicht mehr, Die Tibeter sind ständig auf der Suche nach Sponsoren. Sie sind von Spenden abhängig. Als Flüchtlinge haben sie außer ihrer Religion keine Einkommensquelle. Es besteht also eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Exil-Tibetern in Indien und den wohlhabenden Lamas im Westen. Alles, was wir verdienten, mussten wir spenden. Nicht nur an Rigpa, sondern als Gabe an den Meister. Der mehr wert ist als alles andere. Das Kostbarste in unserem Leben. Die Leute zahlten für Konferenzen und Retreats. Eine gute Stunde lang erklärte man uns, warum dies ein so wertvoller Moment sei und dass man so viel wie möglich geben sollte. In Bar. Das wurde uns eingetrichtert. Außerdem gab es Zeremonien, bei denen nur Sögyal-Geschenke bekam. Schmuck oder was immer man geben wollte. Im August 2014 kamen 600 ehemalige Schüler aus allen Ländern für einen Monat zusammen. Er sagte uns, ich werde euch sehr geheime Dinge lehren, aber ihr müsst dafür viel spenden. So ist es Tradition. Also zückten alle ihre Geldbeutel. Und er meinte, ich nehme aber nur Bargeld. Ich organisierte Spendenaktionen. Ich hatte von der Auktion in London gehört, bei der ein Stück Toast aus dem Mülleimer von Lady Di für teures Geld versteigert worden war. Ich fand das lustig und dachte mir, wir könnten dasselbe mit etwas von Sögyal machen. Er hatte ja so viel Zeug und ich konnte beim Putzen etwas ausmisten. Die Auktion war erfolgreich, denn jeder wollte etwas von Sögyal besitzen. Wir haben seine alten Unterhosen mit Löchern verkauft, Brillen, Socken, alles Mögliche, den Inhalt seines Mülleimers. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Finanzen von RIGPAR zu untersuchen und alles zu archivieren, was ich finden konnte. Finanzunterlagen von 14 RIGPAR-Organisationen weltweit im Zeitraum von 2012 bis 2019. Ich habe alles zusammengerechnet. Diese 14 RIGPAR-Zentren horteten insgesamt etwa 58 Millionen Euro. Ich war Mönch und brachte 60.000 Euro und Goldbarren nach Delhi. Es ist wie eine Mafia. Sie wollten wissen, ob man nach Indien oder Nepal reiste und nutzten die Retreats, um an diese Infos zu kommen. Du kannst Sögyal helfen, indem du etwas für ihn mitnimmst, hieß es dann. Ich musste diese furchtbar warme Wildlederjacke tragen und hatte Angst, sie auszuziehen. Sögyal rief mich an und sagte, hast du sie? Verliere sie bloß nicht, sonst bist du tot. Wenn du sie verlierst, brauchst du nicht zurückzukommen. Versau es nicht. Ich hatte Angst, als ich durch den Zoll ging. Es war Geld, das Schüler bei einem Retreat gespendet hatten, für den Bau eines Klosters im Himalaya. Das Monastery, das ist in den Mäuern. Das Monastery, das ist in den Mäuern. Mein Name ist Ankachi Sherpa. Ich habe für drei Klöster gearbeitet. Heute bin ich Vorstandsmitglied eines fast 100-jährigen Klosters. In den letzten fünf Jahren war ich hier Schatzmeister und in den letzten 15 Jahren Berater. Ich weiß ganz genau, wie Klöster in Nepal funktionieren. Ich weiß ganz genau, wie Klöster in Nepal. Früher waren unsere Klöster sehr klein, erbaut von der lokalen Bevölkerung mit dem, was zur Verfügung stand. Holz, Steine, Lehm. Innen war nur Platz für die Dorfbewohner. Diese mussten einen Teil ihrer Ernten abgeben. Nur so konnten die Klöster überleben. Ohne Spenden aus dem Westen hätten wir heute keine so großen Klöster. Je größer die Bauten werden, desto mehr junge Leute begeistern sich für das Leben als Mönch. Und wenn mehr junge Leute kommen, wird die Lehre des Buddhismus verbreitet. Für uns ist die Hilfe aus dem Westen von entscheidender Bedeutung. Und das ist die Hilfe aus dem Westen, ja. Musik 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 So traurig und falsch das ist, aber es brauchte Zeit, bis ich wirklich begriff, wie schlimm das alles war. Und da sagte ich mir, ich muss gehen. Was ich 2014 tat. Viele haben bis 2017 gebraucht, bis ihnen die Tragweite bewusst wurde. 2017 beugte sich der Dalai Lama dem Druck und erkannte die Vorfälle an. Publiklich ist das, was du da. Mein Publikus ist das, was du da? UNTERTITELUNG Im September 2018 hat der Dalai Lama Europa besucht. Wir Opfer nutzten die Gelegenheit und baten um ein Gespräch in seiner Hotelsuite, im letzten Stockwerk dieses Gebäudes. Ich habe die Unterhaltung aufgezeichnet. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG In Belgium und in Francie. Niematsong. 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 Niemals Kinder abusen sexuell. Niemals Mädchen. Ich denke, das ist ein Problem reales. In der Westen gibt es die Idee, dass das nicht passiert im Buddhismus. Sie sind sehr naiv. Sie wissen, dass es in der Katholischen Kirche ist. Sie wissen, dass es in anderen Bereichen ist. Aber nicht im Buddhismus. Und ich denke, es ist gut, dass auch die Westen Menschen wissen, dass Buddhism auch dieses Problem hat. Ja. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Ich denke, dass es 15, 15 Jahre vorhin, in der Dharamsala, eine Western-Buddhistische Konferenz. Ja. Es ist jemand, Sie sehen, Sie haben einen Menschen. Ich denke, dass es sehr viele, Herr Jörg-Chin, Buddha hat eine sehr klinische Regime. Ja. Ja. Wir haben so viele, dass es so viele, dass es so viele, Ja. Es ist das, auch wenn es sich nicht so viele, dass die Buddha darüber sein muss, die Erinnerung machte, aber ich fühle mich auf eine Verhältnis. Ja. Ja, aber jetzt ist das nicht genug. Können Sie sprechen über das Problem der sexuellen Abuse in den Gemeinden? Können Sie das tun? Ja, natürlich. Wundervoll. Jetzt habe ich ein paar Materialien zu kritisieren. Ja, ja, wir tun es. Wir tun es in Zukunft. Du solltest nicht die ganze Verantwortung auf meine Schulter legen. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Bei diesem Gespräch erzählte ein Opfer dem Dalai Lama, was es mit einem Guru durchmachte, der immer noch aktiv ist. Schleifende Musik Wenn du ernst bist, dann kommt die Selbstdisziplin. Ja, aber Namka war nicht so. Namka hat viel an Frauen und Mädchen gemacht. Namka ist ein tibetischer Mann. 54 Jahre alt und seit rund 20 Jahren in Europa. Er besitzt mehrere Zentren rund um die Welt, eines in Südspanien. Das ist nicht nur mir passiert. Im Westen kamen viele Lamas in diese Situation. Ich bin seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, nicht böse für das, was er gesagt hat. Wir haben ein gutes Verhältnis und ich verstehe seine Antwort. Ich kenne die Holländerin, die mit seiner Heiligkeit gesprochen hat. Sie ist eine Schülerin von mir und ist mir viele Jahre gefolgt. Ich dachte, sie würde mich verehren. Wenn ich nun darüber nachdenke, war sie vielleicht in mich verliebt. Wenn in Tibet eine Frau einen Lama liebt, sagt sie ihm, ich liebe sie, verlangen sie von mir, was sie wollen. Und der Lama antwortet ihr mit Ja oder Nein. Im Westen ist das anders. Hier wird die Frau es heimlich und durch die Hintertür versuchen. Und wenn es nicht klappt, wird sie wütend und zieht vor Gericht. Sicher habe ich früher im Umgang mit meinen Schülern viele Fehler gemacht, weil mir die westliche Denkweise nicht vertraut war. Im tibetischen Buddhismus gibt es viele verschiedene Praktiken. Manche davon stehen nicht im Konflikt mit dem Gesetz, haben eine sehr wohltuende Wirkung und müssen unbedingt gelehrt werden. Andere wiederum sind unvereinbar mit dem Ort und der Zeit, in der wir leben und passen nicht zur westlichen Mentalität. In der Schweiz wurde Klage gegen Namka eingereicht und es gab mehrere Hinweise bei der Verwaltung. Trotzdem hat der Dalai Lama nicht reagiert. Und Namka lehrt weiter tibetischen Buddhismus. Robert Spatz wurde 2020 vom Berufungsgericht in Lüttich zu fünf Jahren Haft auf Bewährung und der finanziellen Entschädigung seiner Opfer verurteilt. Er ging in Revision. Die Sonnenburg empfängt weiterhin Gäste. Und Ockerssee hat das Erbe von Robert Spatz nie in Frage gestellt. Das Erbe von Robert Spatz wurde 2020 vom Berufungsgericht in Lüttich in Lüttich in Lüttich in Lüttich in Lüttich. UN impatience von Lüttich in Lüttich in Lüttich in Lüttich in Lüttich. Gott bezig ist so, dass wir schon fertig waren, aber sie werden wieder richtiges ges cessation. wen vorbar werden BE четыOkres nachden Звонgefiao checks. Zum 354ze von Leittich in Lüttich in Lüttich in Lüttich inaff heraus dropdowns thì noch genug. уетis Tutaj deben sehen werden von zwei Stunden wieder da, aber auch bei dieser gucken. Die Titel wissen alle, die Bibel aber die Personen bettt hat aberbar befreut an yachts für aprender. Freiheit, البere si00 stairs ist neuven. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020